Wer hätte gedacht, dass unsere solidarische Aktion eine wunderschöne Liebesgeschichte entstehen kann, basiert im Leben von Miriam Künzler, die ISTL-Studentin und Fachpersonenbetreuung für gleiche in der Scheite jetzt Gast. Wir schauen in einen spannenden Alltag. Schön, dass du hier bist. Danke. Schön, dass ich hier sein kann. Und du tust ja nicht nur solidarische Aktionen machen, studieren, arbeiten, sondern bist eigentlich gleich Moderatorin. Richtig. Wie fühlst du dich auf dieser Seite? Auch gut. Ich mache beides gerne. Danke. Du moderierst bei dir in der Kirche. Was sind so konkrete Tools, wie du deine Begabung auslebst? Ja, moderieren. Es geht ja darum, dass die Leute in etwas schon mal ein bisschen reingenommen werden, aber noch nicht alles erfahren, was im Gottesdienst abläuft. Und dort, äh, sehr gerne, ja, die Leute so ein bisschen auf die Spanien bringen, was kommt während dem Gottesdienst. Und wie machst du das? Ich tue sehr gerne mit Bildern arbeiten, einen Gegenstand mitnehmen oder eine etwas provozierende Aussage mal zum Start reinzugeben. Aha. Hast du ein Beispiel? Ja, also Aussage zum Beispiel, Gott ist tot. Und dann denken alle, äh, die Aufmerksamkeit ist natürlich voll da, oder was Gott ist tot, äh, sonst wären wir ja nicht da, oder? Zum Beispiel so. Spannend. Ja. Ist das deine Familie? Nein, das ist nicht meine Familie. Äh, das ist unter anderem meine, äh, Mitbewohnerin. Ich bin in einer WG mit zwei anderen Frauen. Dann, äh, mein Freund, den man ziemlich vorne sieht. Und hinten dran sind Kollegen von der Kirche, plus, äh, die Nachbarin. Und warum hast du das Bild mitgenommen? Das Bild habe ich mitgenommen, äh, äh, die Gemeinschaft zu symbolisieren. Und, äh, wir sind gerade jetzt in dieser Gruppe unterwegs, um viel mehr mit den Nachbarn in Kontakt zu kommen. Die Nachbarn können zu uns nach Hause einladen, mit ihnen, äh, Beziehungen zu pflegen, mit ihnen auszutauschen. Ähm, auch es nimmt es Wunder, was äh, bewegt unsere Nachbarn, was geht in ihrem Leben ab. Ein bisschen so. Wieso? Äh, äh. Interessiert ihr so, äh, so für eure Nachbarn? Ich habe, etwa vor einem Jahr, ich muss vielleicht ein bisschen ausschweifen, habe ich plötzlich mal die Frage in den Kopf bekommen, Miri, was willst du, wenn du dort wieder ausziehst, aus dem Block, was möchtest du, dass verändert ist? Und ich habe gemerkt, in diesem Zustand oder in dieser Situation, in der ich damals, also vor einem Jahr gewesen bin, habe ich kaum die Nachbarn gekannt gehabt, äh, auch wirklich nichts mit ihnen zu tun gehabt, nie wirklich gesehen im Stegenhaus, und habe gemerkt, Ui, das kann nicht sein, dass ich dort wohnen und dann, wenn ich ausziehen, einfach nichts passiert ist. Also es ist für mich so ein Schock plötzlich gewesen, als ich gemerkt habe, nein, ich möchte, dass irgendetwas verändert ist in diesem Block, dass mit den Nachbarn irgendetwas passiert ist, bevor ich dort ausziehe, im Positiven natürlich. Aha. Und dann ist die Gruppe ins Leben gekommen und wie macht ihr das jetzt konkret, dass ihr das, dass man, wenn man ausziehen will, eine solche Veränderung sieht, was sind die konkrete Aktionen, die ihr da startet? Also konkret ist es so, dass wir alle zwei Wochen, ähm, haben wir jetzt angefangen, mal jemanden von der Nachbarschaft, wo wir so klein Kontakt gehabt haben, äh, einladen für, jetzt da ist es zu Nacht gewesen, ähm, Suppenznacht, oder mal für Kaffeekuchen, ähm, jetzt, äh, eben auch mal Götzle für Weihnachten, oder für gewisse Festtage oder Jahreszeiten einfach entsprechend, gewisse Sachen, da bin ich immer sehr kreativ, und, äh, auch in der Gruppe tauschen wir einander aus und da kommen dann auch von den anderen immer wieder Ideen, die wir umsetzen können. Und wie ist das auch gekommen, also die Nachbarn, die schon mitgemacht haben, was sagt ihr für Rückmeldung? Ja, jetzt da bei den Nachbarn, sie hat gesagt, sie wünsche sich das auch weiterhin, äh, sie finde es auch sehr wichtig, dass man die Nachbarn auch mal nachfragen darf, du, wir sind gerade, wir sind gerade Eier ausgegangen, zum Beispiel, hast du echt noch, äh, jetzt ist das wie so, so, auch, dass man das darf, ich habe das Gefühl, heutzutage ist man wie schon gehampt, weil man einander gar nicht mehr richtig kennt in der Nachbarschaft, dass man es gar nicht mehr darf, und früher weiss ich noch, ist das normal gewesen. Und in der Nachbarschaft hat sich ja eine ganz spannende Lebensgeschichte gegeben, ist das richtig? Ja, richtig, genau. Also, erzähl mal, wie ist das gegangen? Ja, äh, das ist eigentlich auch aus dem Museum, das ist auch vor einem Jahr gewesen, wo ich bin, äh, Gutschen verteilen, im Block, und dann ist, er hat die Türen aufgemacht, und, äh, wir haben oben dran, bei der obersten, haben wir Studiozimmer, also, er hatte ein eigenes Zimmer gehabt, mit dem nötigsten, und... Also, er war ein Nachbar, wo du ging, Gutschen verteilen? Genau, genau. Eine positive Aktion? Genau, richtig, richtig. Und, dann haben wir kurz austauscht, ich habe gefragt, ja, darf ich mal schauen, weil ich habe nur davon gehört, dass es dieses Studiozimmer gibt, wir haben eine grössere Wohnung, und dann haben wir das ein bisschen angeschaut, haben kurz ein bisschen ausgetauscht, und ich habe ihn dann eingeladen, ja, dass er dann mal zu uns runter darf, aber dann darf ich schauen, wie es bei uns aussieht, und dann haben wir das so ein bisschen sein gelassen, ähm, und später ist der Facebook-Anfrage gekommen, dann sind wir wieder darauf zurückgekommen, äh, wegen, ja, er darf immer noch zu uns mal einen Besuch kommen, aber, äh, runter machen, genau, und dann ist er dann noch vorbei gekommen, und so hat sich das langsam anfangen, zu entwickeln, mit Kontakten, also auch, vor allem, wir sind so das Dreier-Grüppchen geworden, mit den anderen Mitbewohnern, mit Yasmin, sind wir so das Dreier-Grüppchen geworden, wo immer mehr haben, miteinander fangen zu machen, gehen einkaufen, zusammen, Sachen unternehmen, äh, ja, und plötzlich hat man gemerkt, dass dann gleich noch Gefühle um einander gekommen sind. Das hast du noch nicht gemerkt, beim allerersten Mal, als du mit der Kitzel vorbeibst? Nein, gar nicht, nein, nein, überhaupt nicht, also da ist die Sympathie rum gewesen, aber sonst hätte ich mir nie im Leben gedacht, dass das irgendwann mal so ein Resultat gibt. Du, äh, wir bist ja jetzt mit deinem schönen Slogan, love your neighbor, wortwörtlich, gell? Ja, ja, also, das ist wirklich das Thema, und ich merke, ist sehr, äh, ja, jetzt aktuell, und dass ich aus dem love your neighbor und aus dem Herz, ich möchte die Nachbarn mehr kennenlernen und besser kennenlernen, als dann gerade eine Beziehung entsteht, das ist, äh, mega ein Geschenk, ja. Und extrem spannend, danke, vielmals hast du die Geschichte mit Issteil, das inspiriert, ähm, weiterhin, viel Spass bei allen Aktionen, danke, bist du da gewesen, danke dir auch. Danke dir auch. Ganz gute Zeit, danke, habt ihr drittgeschaut, auf das nächste Mal.